The Bird-Bird-Bird-Bird-Bird-Machine Check Hallo und herzlich willkommen Ich bin's, euer Playteam und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft mit einer weiteren Folge mit Christmas und Minecraft Minecraft-Schlussmaschine mit Fluffix und Berge, hallo Tschüss Wow Äh Ja gut, da schon angefangen ist er auszubauen Fluffix Der Buchstecker Ja Ne Find ich endlich nicht einmal so einen schlechten Spot Der ist immer noch im Dorf und passt auch voll gut dazu Perfekt Ähm Fluffix ist am Blaze Powder holen Hab ich schon Oder hat heute geholt Und ich werde Wondering Wondering Braucht jemand Moosblock? Ja Nö Der verkauft den Mann Emerald Ich komm Halt den fest Leg den Handschellen an Wie Na okay, na das mach ich nicht Weil dann passiert wieder das gleiche So wie So wie in Christmas 4 Äh in Christmas 3 Ich halt den fest Ich halt den fest Lass den Bogen aus Ups Äh wo ist er denn? Äh oben Weil ich hab noch kein Lasschkrieg gefunden Uah Oh Ich war schon richtig voll in Höhlen aber ich hab noch kein Lasschkrieg gefunden Ja ich geh schon Okay wo? Ich bin oben Hauptplatz Ah okay Level 14 Ja Und ich bin in Augen weg Ihr habt 20 Warte mal wieviel Kohle hab ich jetzt? 1, 2, 3 Stacks Und 23 Ja moin Du musst jetzt ein neues Boot machen Läuft Warum lauf hier auf ey? Du würd sie mir haben lauf'n Alter Der war nur ein bissl was meinen und bin schon wieder voll mit Lukas wieviel Enderperlen hast du? Ah nehm Eventar Uuuund 3 in einer Kiste das hast du insgesamt 4 ob ich Das ist gut Ich weiß Gib Nein möcht' ich aber nicht Gib Ja wot Lass mich mal kurz meine Öfen befeuern Da guckste Da guckste blöd wo sie sind gell Hohoho Da Da Hey wot Da Ciao Tschüss Ich komm dir noch Du hast einzelne Kerzen eingepackt Na Oben ist auch eine Na aber du kannst mehrere auf Armblock machen Dann sind sie heller Egal Ich wollt auch eine machen Haben wir dabei noch nicht mehr Binnenwaben gehabt Du kannst ja einfärben sogar Ja das hab ich auch schon mitgekriegt So Was hat jetzt noch kein Mending drauf? Die Brustblatt Und ich bin Out of Level Ich hab noch 23 Jahre Kann ich was machen Ja Ich hab aber auch keine Mending mehr Dagegen kann ich auch was machen Ich weiß Ich überleg mir grad die ganze Zeit Ich glaub noch Ja Ich fang den Bauernhof zu bauen an Da war Oder heute zeig Ich hab' gar nicht neben Hitze Zu die Tür Wo wir eine Kiste mit Weizen drin haben Und so Heute seh'n ja mal der Weg dort oben Lukas wo bist du? Ich bin doch links Da Wo? Ah Ich kann noch mehr holen Was du brauchst Warte Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Ja Ja Sieben Zwei 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 Bücher Bitte Bleib stehen Guck mal Ich kann keinen mehr tragen Ich kann nur zwei Ich kann keinen mehr tragen Ja dann leg's sich beiseite Irgendwo Ohh Mhhh Man Ah, ich wollte gerade Potions machen, aber ich brauche hier noch eine Dings, eine Warze. Jetzt kann ich wegen dir, Amel und Samuslafen, wieder zurückgehen. So machen wir das. Küsse voll mit Wendetüchern, ganz normal. So machen wir das. Auch. Ich überlege heute die ganze Zeit, wie das Haus bauen, also dieses kleine Nebenhitter-Baum, so. Ah! Genau, gut, Server, gut, gut. Ja, Server hat jetzt kurz geleckt, das hat man gemerkt. Ja, machen wir es, sauber. Bei mir geht auch das. Au, ja, ja, jetzt. So geht der Urlauberin. Ja, wohl. Au! Sehr schön, ja. Was geht jetzt los? Woher habe ich das ganze Weed? Alphen da, Alphen veraleckt. Was hat denn losgegangen? Warum hast du mir mehr Weed geklaut? Würde es mir geben. Oh, da war ja was. Ah, wo ich in dem anderen Dorf war, Heuballen holen, gell? Genau, ich bin vor Crafts, kommt wieder zu Heuballen. Ja, ist egal. Brauchen wir eine zu fangen. Weil... Warum machen wir auch mal kein Heu, das haben wir auch bei dem Hüte? Ich glaube, da ist nur zu viel drin, außer vielleicht ein paar Baumaterialien. Ja, ich baue ja sonst nichts. Ja, dann basteln. So, da hat er sicher... Na, da hat er noch. Ah, das nehme ich aber mit, das da brauche ich noch. Das nehme ich auch mit. Was hat er sonst noch? Kies, brauche ich aber nicht. Oh, doch, nehme ich auch mit. Und alles Z-Barm, man. Ich war sogar geschlägt. Z-Bling. Ich setz. Ich brauche ja trotzdem. Brauche ich ja nicht, warte mal. Ihr habt echt Bock, Warnese, einfach Warnese, fette Fichten, was hat er da zum Schluss gemacht, um das abzubauen. Jetzt hat er zwei fette Fichten. Sie haben eine. Ich habe Warzen. Ich brauche Material, Material. Das ist alles vor Ort. Ich glaube, du strugglst noch nicht so hart, wie der Warnese zum Schluss. Wenn man an der ersten zwei Folgen nur schwappen meinen geht. Oh, und dann ist er auch noch fast gestorben, mehrmals. Oh ja. Er hat echt gefährlich gelebt, die ersten zwei Folgen. Und hat dann so eine kasselt ins Haus, Alter. Ich dachte, vor lauter Gost, erste Folgen habe ich schon wieder vergessen. Wir haben ein bisschen Offscreen gespielt, was man leicht dezent sehen kann an unserem Equip. Ich habe voll drauf vergessen, einzugehen. Ja, Full Dia, ein bisschen Ver-Enchanted. Es war ja eigentlich so, wir haben uns das schon die ganze Zeit leisten können, nur dann haben wir es halt auch gemacht. Richtig. Weil wir haben die ganze Zeit schon genug Diamanten gehabt und so. Für, ähm, okay Skelett, wenn du wirst, kannst du ruhig runterspringen. Mir war arme Offscreen so langweilig, dass ich in den Nether gegangen bin, mir auf Höhe 15 abgehoben habe, mit der Spitzakam mit Bananas gegangen bin und Netherite fahren wir einfach. Und so meine Netherite-Spitzhacke gemacht habe, wie ich schwäbende Lava gefunden habe. Ich schicke es in den Discord-Dings rein. Wie viel steht währenddessen hat? Okay. Oh, herrscht nur ein Magnus lang. Oh, mach. Ich werde es gleich machen, so wie bei Mane, wie er gesagt hat, Alter, diese Höhle. Einfach das Foto einfügen. Komm noch, jawohl. Jetzt können wir noch ein Monster-Fichten da hersetzen. Jetzt werden dort zwei Monster-Fichten wachsen. Oh, 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 oh. Warum fällt mir das erst jetzt ein? Da brauche ich jetzt Blätter ab. Mach. Ich bin nicht mehr raus. Ich habe mich verirrt. Geil. Ich bin nicht so positiv. Ah, 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 ah. Ja, okay, ich bin raus. Ah, boah. Ui. Jetzt bin ich fast auch hergeflogen. Ich lasse ich schnell. Ich habe da eine, hole meine Eichenbretter, die, was ich noch habe, und dann gehen wir schnell umbauen, wenn man noch Glas brauen, ob ja, noch in die Kiste, das passt schon. Ich kann das sonst, äh, Villager verkaufen mit Glas. Äh. Also an Emerald, vier Stück oder so, das ist ein anderes Problem von ihm. Ja, ich habe aber nur einen Stack gebraut, ne, so. Deswegen gab ich ihn nicht so, nicht so, recht schlecht. Du hast jetzt einfach nur irgendeinen Stack, weil du vergessen hast, über was du geredet hast, oder? Ja. Ich habe da die Hubs genommen. Ich habe, wenn er, ich konnte nichts dagegen sagen, wenn er, wenn er recht hat. Oh, du sie gerade wie, wie ein Roboter angehört. Echt? Ja. So, so wie Robo Daniel, ich weiß noch. Oh Gott. So hast du dich für 8 Sekunden gerade angehört. Ja, solange es nur 8 Sekunden ist, ist es nicht so schlimm. Ja, keine Discord gewesen sein. Nicht so wie beim Daniel das Mikrofon. Okay, bin wieder zurück aus Lidl-Loverland. Ah, schön. Du weißt, wo das, wo der, wo der Bastion ist, oder? Bastion nicht mehr. Du weißt, was sie waren, oder? Ja, da, ich weiß, wo das ist. Da war ich halt gerade. Du weißt schon dritten, wo die Ender Dragon Ding ist? Ach so. Okay, dann habe ich doch nicht gewusst, was du meinst. Ähm. Ich war beim, 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 wie heißt's? Ja, bei der Festung warst du selber. Ja, bei der Festung, bei der, ja, bei der Festung, da war ich gerade, ja. Aber du warst trotzdem, wo das ist, oder? Da habe ich nämlich Warzenkull. Stronghold warst du noch nicht, ne? Ach so, leu. Ich bin doch, das hast du schon aber gewusst. Aber ich habe schon 12 Augen, also wird nicht so schwer herauszufinden. Ähm, Redstone ist light, okay. Du gehst gerade Slowfalling Tränke braun. Keine schlechte Idee. Ich wollte gerade Erde farmen. Wiss, egal. Wenn wir einen Ender Dragon geklatscht haben, dann, sag mal, dann kannst du eh dort die Farm bauen, ne? Ja. Das ist auch chillig, so. So. Ja, es ist chillig, dass ich wieder Farm bauen kann, ne? Ja, ich kann's nicht, also. So, wir machen jetzt mal ein neues Boot. Wir machen jetzt mal sogar ein Reserveboot. Hat er nicht getan. Ja. Man, ich weiß wieder Holz. Ja, Holz ist knapp. Ja, mein Baum ist gegossen. Mein Baum, was ist dein Baum? Mein Baum, ne? Die habe ich gepflanzt. Der, was ist der Vetter? Ja. Dann hast du meinen Baum abgebaut, Hund. Oder? Ach so, na, eine ist von mir links und die andere ist da gleich da vorne. Na, das ist einer. Okay. Ja, haben nicht genau gesehen. Also, ich habe schon gesehen, wo die steht, aber ich habe halt nicht in August, wo die alles sie hingepflanzt hat. Oder ist Deutsch, na? Wow, wunderbar, wenn du mal einen Radenzahn so aushält. Schon, ja. Hui. Warte, aber vorher ist dann reichend ein Baum, ne? Baum, baum, baum. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Alter, ich, ich zieg jetzt schon, ich hab wirklich das. Ich, ohne Probleme, ich muss den Eindrucken allein. Okay. Ich hab zwar nicht einmal einen Bogen oder was, bei dir, schwertest recht. Ohne Rüstung mache ich was. Ich nehme Schneepäle mit. Slash, Demo. Aber wenn ich gerade da stehe, ich hab da eben muss eine Schere. So, so. Und, so. Ha, ha, ha. Hä? So. Ha. So, so. Ha, ha. Ha? 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 Okay, das erste Auge wird geworfen. Es geht in die Richtung, okay. Oh, okay, der sucht schon einmal. Das Ding tut. Der baut seinen Baum ab. Ich mach da weiter, passt doch aus. Wieder noch schlimmer wie in der Läse. Ha, ha, ha. Ich schalte echt so. Mach jetzt noch, jetzt noch ein bisschen. Material, lol, das ist das für ein Krippagoden. Das könnte meiner gewesen sein. Gibt es ein Schwarz-Eichen? Na. Ich hab ein Schwarz-Eichen-Baum gepflanzt. Echt jetzt? Ich denke mal, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, es schaut zwar irgendwie, die Platte schaut auch aus wie Fichtenwort, aber... Woher hast du ein Schwarz-Eichen-Baum? Als ich Bienen suchen gegangen bin, hab ich ein Schwarz-Eichen-Dings gefunden. Ich hab sogar ein Dschungel gefunden. Ich hab ein Dschungel und Schwarz-Eichen vor Bienen gefunden. Das ist lächerlich. Aua. Okay. Gibt es da jetzt wieder so, glaube ich, und so, oder? Ich brauch Kabel zum Bauen. Also, nicht zum Bauen bauen, sondern zum Auferbauen. Loy. Okay, da ist das Schwarz-Eichen. Check, check. Wo ist, äh, wo ist das eine Zeichnung? Wo ich das direkt zu bauen, dann auch. Okay, jawohl. Ich seh, wenn ich's noch ein bisschen was. Wie kommen wir da? Ha. Schon wieder... Entweder hab ich ja an, an, an Pillager gehört, oder an... Das kann der Pillager an meiner Base gewesen sein. Ja, aber der war bei mir ja, deswegen. Oder es kann an die Villager gewesen sein, ich muss oben mal laufen. Deswegen meine ich. Das könnte ein Villager-Breader sein. Das könnte möglicherweise auch sein, aber der Villager-Breader ist von Mem. Ah, du warst das, der Modern-Trader war das. Ah, da ist ein Meadow-Bio. Oh, Meadow ist cool. Ja, man kriegt da jetzt schief mit, wenn man in einem Meadow-Bio ein Music-Disk anhört. Ich weiß, was du schon erzählt hast. Das finde ich lustig. Ich finde es auch cool. Was, was ich gerade nicht so lustig finde? Den Creeper da? Den Creeper unten, unten bei die Kier, ja. Lass mich roten, dass das ein Creeper ist, gell? Nein, ich hab eigentlich den Creeper bei mir gemeint. Egal, der Creeper ist tot. Schieß das Skelett, Madonna! Das ist genau das, was bei mir gerade passiert. Wait, what? Ich will jetzt mal sagen, wo es lang geht. Okay. Genau, ja, super. Jetzt haben wir auch zugebaut, auch noch in dem Anfolio hat nur... Oh, ja, jetzt war es jetzt wieder komplett, ja. Das war es wieder komplett. Ich habe es gerade geschafft. Und da machen wir jetzt. Wo ist das Zeug? Hallo? Guck. Äh! Äh! Ah, bitte, jetzt sieht das aus. Okay. Ah, Spine! Ah, Zombie! Sieben. Zombies. Hallo? Na, einfach nur sieben. Er mag den, ich zahle sieben. Na. Doch. Ich sage zufällig zahlen manchmal, das macht Spaß. Ja, stimmt. Wie geht es dir heute so? Ocht? Na, acht geht gar nicht. Dürfen nur Primzahlen sein. Ah, okay. Mir fällt gerade was auf. Der Zombie unter mir hat einen Eisenschwert in der Hand. Solltest du den nicht von ihm schlagen lassen? Nein, ich habe genommen zwei Heubollen zu wenig. Ihr wollt mich doch alle verkackeieren. Boah. Okay, die Kuh war lebensmüde. Der Zombie ist down. Ich will jetzt schaffen, dass der Skeletian Creeper tötet. Das kriege ich hin, glaube ich. Das ist ein Musikdiskuss. Ja. Ich hoffe, ich kriege auch gute. Bei deinem Glück. Nee. Danke. Bitte. Komm, Skelett, cheers. Ah, perfekt, perfekt. Woher ist es? Woher ist es? Das ist grün. Far. Okay, das ist gut. Oh, Williards. Zu wenig Deep Slates. Oh, Mann. Jetzt muss ich aber mit der anderen Spitzhacke gehen, Alter. Nee, vollsch. Da. Mir ist noch kein einziges Auge zerbrochen. Das ist, glaube ich, so hat 10% Chance oder so bei jedem Wurf. Waterlock Chest. Okay. Äh. 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 Nyeh. Nyeh. Genau. Die abgeschölten Stämme schauen für unten, für die Höhle, besser aus als die nicht abgeschölten. Deswegen finde ich es aber umgekehrt besser oberhalb. Ja, unten habe ich es eh abgeschölt, oder? Ja. Deswegen habe ich auch die Bemerkung gerade gemacht. Okay, ja. Es ist das Auge kaputt geworden. Ha. Nyeh. Oh. Okay. Ja, es ist aber gerade kaputt geschweihert. Gepasst aber auch nicht jeder Einzige mit dem Lack. Nyeh. Beim Obbauen kommt es ein bisschen komisch rüber. Ah, jetzt weißt du, warum du zwischen der Robo-Lukast bist. Warum? Im Internet ist nicht das Beste. Ah. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Hallo. Ich bin C3PO. Komm, Roboter-Mensch-Kontakter. Ja, aber es ist noch akzeptabel, also. Schon nie mehr. Verdammt. Mach das bitte nie mehr. Wie viel gesprochen konnte er jetzt? Sehr fleur. Merci. Ja, auch Merci. Ich komm schon mal. Äh. Ist das dein Ernst? Der Wandering Trader steht auf dem Holzlock von meinem Haus, der was aus ist, schauen, ja. Das eine Lama hüpft jetzt die ganze Zeit von meinem Haus um, und das andere ist da, wo die Ketten aufgehen gehen. Und beide beim Wasserfall, alles klar. Äh, ah, da bist du mein Stonecutter. So viel Kacke schon wieder in meinem Inventar her. Brauch die Gerosscheiben. Wo sind meine Gerosscheiben hin? Ah, es ist in eine andere Richtung gegangen. 90 Grad nach rechts. Ergibt das Sinn? Egal, es ist genau nach rechts gegangen. Oh, ich hab sie im Inventar gehabt. Brauch. Ich soll's jetzt bald haben. Nice. Dann können wir nächster folgenden Endertwagen klatschen. Äh, da, da, da. Oh, ne. Verbrauch ich. Jetzt hab ich keine Feuermöglichkeit. Das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich, oh hey. Das kann weg. Das kann weg. Wobei ich natürlich jetzt auf jeden Fall Lust hab, mir mit denen abzugeben. Ich liebe es bei dir. Oh, ja. Detaliere vielleicht, sind das Läge dir. Okay, bro. Alter. Okay, der fiecht da ein, ne? Hau der hin. Ja, schau. Eee, oh, ein Trotz hast du dir das dürfen gemacht. Es ist ein kleines Bauernhäuse. Du hast ja wohl in der Strophe mein Lochflag rangeht. Schwein, du. Hab's gefunden. Ah, Spaß, Spaß. Perfekt. Das ist auf jeden Fall. Ah, ich liebe es. Was ist? Warte, ich schick wieder ein Bild. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich find's auch noch lustig. Wieder was für die Leute als Foto. Ähm, genau. Genau, genau, jetzt bin ich da. Und ich weiß nicht, was ich... Das brauche ich jetzt. Kacke, meine Eichenstämme weggetan. Da ist ein Sparblossom gewesen. Das heißt, da ist irgendwo ein Lush Cave. Aua, ich bin vergiftet worden von der Hexe. Creeper, töt die Hexe. Warst du mir mal ein Lush Cave? Ja. Hast du keinen Wandering-Trailer jetzt endlich umbringen? Ich hab schon von ihm gekauft. Achso, passt. Die hab da oben. Das ist schon längst umtöten. Umtöten können. Das kannst du auch hinten machen. Nicht, dass dein Hund da verhungert. Was soll denn? Bist du ferner? Bei mir schaut das aus wie Wato. Er akzeptiert keine, äh, Credits. Ja, genau. Keine Kredits. Das war ein. Dann hab ich ja Dings aber auch nicht. Ob die Fähne, Schee, da hab auch nichts drin. Ach, für die Fähne. Scheiße, die Gatsch. Kacke, Suusenpack. Kann man so richtig dumm fahren, weißt? Ja, ist ja richtig. Suusenpack, habe ich noch mehr eigenes drin, wo es ein paar kleine Sachen verändert worden sind. Da ist schon wieder schwebender Wein. Ah, da ist, äh, wie heißt's? Moos. Deiner Mann verfolgt mich, Hilfe! Jetzt brennt er. Wo ist er? Da ist er. Komm, komm, komm! Aha! Ich find den Raum nicht. Hätt ein Block. Wo was Portal drin ist. Hätt ein Block gedroppt. Aha, machen. Aha, machen. Oh, und ich bin wieder am Anfang. Bruh, so, zack, 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 und zack, zack. Wieso, ich hab ja den Block, ja, da brauch ich ja nur so machen. Ja gut, Leute. Aber, da war's schon wieder mit der Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst da einen Like und Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Schaut bei Berge und Fluffix vorbei. Die sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sag mal tschö, meine Güte, tschau mit Frau. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft Christmas. Wir wieder. Da war schon wieder schwebende Wein. Was ist da los? Tschüss. Bis dann, euer PlayTV. Servus.